Die einzige Macht und alleinige Macht ist Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die grenzvollsten Elemente des Kampfes und des Obforschen in der Nation mobilisierten, die zu allen Seiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Ratwerk der deutschen Nation in einer stolzesten Einschätzung mutig und krün die Führung freiges und vollgespordet, hat das Volk sich in immer größerer Fall dieser Führung angeschlossen und unerzählt. Das Volk ist glücklich, in der Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Feierungen, und der Echtlässig-Aktur-Eich-Bull und ein Ruhherrn-Eich-Bull! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020